Unter den 100-Jährigen. Ein 100-Jähriger hat dort die letzte Staffel mitgelaufen. Er hat sich nur 6 Kilometer gegönnt, weil er den ganzen Marathon in Toronto vor 2 Wochen gelaufen ist. Fajar Singh, ein Brite, geboren in Indien. Und wahrscheinlich hat er bei den 100-Jährigen auch nicht so viel Konkurrenz. Er ist jedenfalls der Weltmeister. Schauen wir da mal kurz rein. Fajar Singh, so fit, man mag es kaum glauben, dass er 100 Jahre alt ist. Wo er auftaucht, wird er gefeiert wie ein Star. Dieser Mann motiviert, er ist ein Vorbild einer Lebenslust. Und er ist nicht nur ausgesprochen sportlich, sondern auch immer für einen Spaß zu haben. Der läuft wie ein 50-Jähriger. So beschwingt und der war einfach fantastisch. Und lächelt dabei, weil ich finde es fantastisch, dass er jetzt noch läuft. Er strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Also ich muss sagen, der Mann wirkt irgendwie. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Vor zwei Wochen schrieb er Sportgeschichte. In Toronto war Singh der erste 100-Jährige, der einen Marathon schaffte und er wurde nicht letzter. Das ist umso erstaunlicher, als dass seine Marathon-Karriere erst mit 89 Jahren begann. Seitdem knackt er die Altersklassenrekorde. Beim Frankfurt-Marathon begnügte sich Singh mit einem lockeren 6-Kilometer-Lauf in einer interreligiösen Staffel. Der gläubige Sick trainiert täglich. Solange ich noch auf dieser Welt sein darf, werde ich versuchen, immer weiter zu laufen. Und Spaß zu haben, denn nur wer fröhlich ist, bleibt gesund, so sein Credo. Ein Ziel hat der 100-Jährige Weltrekordler noch. Wenn im nächsten Jahr in seiner Wahlheimat London die Olympische Fackel durch die Stadt getragen wird, wäre er gern dabei. Als Läufer versteht sich. Und heute ist er bei uns, Fajar Singh, Weltmeister der 100-Jährigen Marathonläufer. Guten Morgen. Geboren, man muss das Datum nochmal nennen, geboren in einem Dorf in der indischen Region Punjab. Am 1. April 1911. Seit 21 Jahren lebt er bei seinem Sohn in London. Er ist gläubiger Sick. Herr Fajar Singh, die wenigsten schaffen ja hier in Deutschland von einer Ecke zur anderen zu kommen, in ihrem Alter. Haben Volatoren, wenn sie noch fit sind und können laufen. Was ist Ihr Geheimrezept, dass Sie einen Marathon, dass Sie 42 Kilometer am Stück laufen können, rennen können? Herr Fajar Singh, wenn Sie einen Marathon, den Sie einen Marathon zu kommen können? ぁ lau jaheho yo mirita mordat kudr ta kanddi ja mein oho juli ta nurgehi kalda siji mein oho se kalde chik thokkoda laagte liana mein dmag ssoc leahweh is dunia de kuchh nahin ekta mera laaja mein childti vaaste daudan o bachai jandhi jaada jari mein haun mein tronctor daudan jaa meinnu pata si jahan khudanu pata si berkedi halt hoi paro oskuda meinubra Er sagt, dass ein Geheimnis ist, dass der Gott bei ihm steht. Und der ist ja einmal von dem Tod seines Sohnes geschlagen worden. Und für ihn war das ganz klar, dass er mit der Traurigkeit nicht mehr weitergehen wollte. Und das hat er versucht auf den Positiven Bahn zu bringen und da hat er angefangen. Und das ist nur mit positiven Einstellungen zu leben. Also durch den Schicksalsschlag, die Kraft des Glaubens und deswegen positiv das zu machen. Aber rein mit Positivismus geht es ja bestimmt auch nicht. Wie oft trainieren Sie die Woche? Das ist nicht, weil ich diese Trainingskarte habe. Warum? Das ist nicht so. Es ist schwierig, dass ich mich nicht mehr anbieten kann. Ich bin nicht mehr anbieten, sondern ich bin nicht mehr anbieten. Ich bin nicht mehr anbieten, sondern ich bin nicht mehr anbieten. Wo Sie tatsächlich sind, sind das so? Fällt Ihnen das normale Laufen genauso leicht wie vor 20, 30 Jahren? Ich habe mir ein Bild gesehen. Sie haben gesagt, dass Sie so viele Jahre alt sind. Sie fragen, dass Sie so viele Jahre alt sind, dass Sie so viele Jahre alt sind, dass Sie so viele Jahre alt sind? Nein, nein. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Es ist sehr schwierig. Es ist nicht mehr für ihn so einfach wie vor 20 Jahren. Aber der glaubt, dass es irgendwie ein geheim kontrakt oder agreement mit Gott und der gibt ihm diese Stärke, das zu machen. Und durch sein Laufen sammelte er auch für Charities Geld und es geht weiter an die Leute. In Frankfurt gestern, das war eine interreligiöse Staffel, so hieß das. Was hat es da genau mit sich auf sich? Sie waren natürlich für die Sikhs dort, aber was waren sonst noch für Religionen dort? In Frankfurt gestern, das war eine Marathon und die Interreligiosy. Was hat diejenigen gehalten? Sie waren sehr unbezüglichen, sehr stolz. Sie waren sehr froh. Sie waren sehr froh. Sie waren sehr froh. Sie waren sehr froh. Sie sind keine eigenen Unterkriegi, dass ich nicht Frank-Probleme habe. Er hat das gesagt, es hat ihm schon sehr Spaß gemacht und für ihn ist Religion einer, was er gemeint hat, das Guru Nanak, der Gott der Religion von Sikhs, hat es gesagt, das heißt, alle sind gleich. Wir werden aus dem Punjabi hier direkt übersetzt und das macht es natürlich besonders spannend und auch ein bisschen länger. Aber eine Frage habe ich doch noch wegen des Alters. Man würde doch denken, ein 100-Jähriger, der im Marathon läuft, in Toronto sind sie ihn ganz verlaufen, der muss ins Guinness Buch der Rekorde. Die Redaktion des Guinness Buchs, der Rekorde, die überhaupt in London tatsächlich sitzt, verweigert aber den Eintrag, weil Frau Schaar-Sinn, Sie Ihre Geburtsurkunde nicht belegen können. Woher wissen Sie, dass Sie 100 Jahre sind? Frau Schaar-Sinn, Sie haben gesagt, dass die Guinness Buch nicht nur in der Rekorde geschrieben haben, sondern Sie haben keine Rekorde geschrieben, dass Sie 100 Jahre sind. Frau Schaar-Sinn, Sie haben gesagt, dass Sie 100 Jahre sind. Das war nur eine Art. Ich wusste nicht, ob ich das Geschenk ged intoler hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Geschenk gedoren kann. Ich weiß nicht, ob von dem Geschenk gedau. Ich weiß nicht, ob ich das Geschenk gedaufe war. Das war ich glaube, dass das Geschenk gedauert ist und ich clotze meinem Geschenk. Ja, der sagt, der kennt sich mit dieser Guinness-Buch-Geschichte nicht aus. Damals, als er gewohnt ist, gab es solche Zertifikaten oder Zeugnisse in den nicht. Und ihm ist es dann sowieso nicht wichtig. Ihm ist wichtig, dass der läuft und auf der Bahn bleibt, der positiv alles lenkt für ihn. Welche Pläne haben Sie denn noch für Ihre Zukunft? Und vor allem, was denken Sie, wenn Sie andere alte Menschen, die 20 Jahre jünger sind, als Sie sehen und die haben Volatoren und laufen ganz schwer, denken Sie, oh Gott, das blüht mir auch noch, das könnte mir auch noch drohen? Tuanu, 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 agli plan, kia hege, na? Was, Tuanu, kia kia kanda saande, gu? Da ist die Musik von den Klub von SIX, in der City, in London, Der will weiterhin laufen, sodass es ihm und alle neben ihm oder um ihn Freude macht. Also dass es einen Club in London gibt, der Six in the City heißt und ich das von einem 100-Jährigen erfahren muss, finde ich großartig. Und das, was Sie geleistet haben, finde ich auch großartig. Vielen Dank, Frau Tassik, dass Sie hier sind und Ihnen noch ein langes Laufen. Danke sehr.